Dieses Video ist ein verkürzter Ausschnitt meiner Sendung Paddys Retro-Kosmos auf Massengeschmack.tv. Jeden letzten Montag im Monat gibt es darin unter anderem Retro-Gaming, Retro-Zeitschriften oder Retro-Werbung. Schaut mal rein www.massengeschmack.tv Willkommen bei einem neuen Handschriften-Video bei Paddy und mir, dem Sebastian. Und heute nehmen wir mal ein ganz bestimmtes Thema durch, wie in der Schule. Nämlich Fotos bzw. Fotografie. Fotografie? Aber ich weiß ja nicht, worum es geht. Ja, du wirst immer überrascht von mir. Ich bereite vor und dann wirst du in Rudi Carell-Manier überrascht, was es für ein Thema gibt. Und Fotos sind für dich in deinem Leben ja auch eine ganz wichtige Angelegenheit. Absolut. Ich mache ja seit 2001 jeden Tag oder probiere jeden Tag Bilder zu machen. Das klappt natürlich nicht immer, aber das war natürlich lange bevor Social-Media-mäßig und lange bevor man handymäßig immer jeden Tag Bilder machen konnte. Aber die haben für die meisten Leute heute keinen Wert mehr. Ja, aber das ist inflationär. Genau. Und bei mir haben die Bilder einen Wert. Also ich mache die Bilder, ich archiviere die, ich kümmere mich um die. Das ist so ein bisschen haustiermäßig. Aber für mich haben die ja echt einen Wert. Und früher, als ich angefangen habe, habe ich jedem Bild einen eigenen Namen gegeben. Heute mache ich das natürlich anders, weil es natürlich auch zeitlich nicht mehr geht. Aber ich schreibe ja auch dazu Tagebuch, weil ich gegen das Vergessen oder gegen die Veränderung der Erinnerung im Kopf ankämpfe. Weil wenn Leute sagen, ich mache dann keine Bilder, ich habe die Sachen dann im Kopf lieber und so, da drehe ich immer durch, weil das ist einfach eine Selbstbelügung und die Dinge verändern sich. Man vergisst Dinge, sie verformen sich und das ist extrem unschön. Und wenn man in dem Augenblick ein Bild gemacht hat, dann ist das Bild näher an der Wahrheit als die Erinnerung im Kopf. Das ist mal eins, was klar ist. Natürlich ist es schwierig, wenn man ein Konzert nur durch die Handykamera erlebt und alles aufnimmt. Das ist natürlich auch doof. Also das heißt, es gilt hier wirklich die Waage zu halten und es ist sauschwer. Ich mache auch sehr viele Videos und Bilder auf Konzerten, aber ich gucke zumindest, dass ich nicht durch die Kamera oder durch das Handy gucke. Ich halte es dann hoch und gucke mit meinen Augen auf die Bühne. Also von daher probiere ich da immer so einen Mittelweg zu finden. Und wie gesagt, ich komme ja aus einer Zeit, wo das noch gar nicht so inflationär war. Und mich nervt es natürlich auch, dass dann alle Leute immer Bilder machen. Aber die sind nicht auf Langzeitarchivierung ausgelegt. Und das ist halt mein Archiv. Das heißt, es werden sehr, sehr viele Bilder, die heute gemacht werden, auf den Handys der Menschen verschwinden. Weil irgendwann ist auch der Speicherplatz in der Cloud voll. Irgendwann ist das Handy voll und so weiter. Und die Leute, die geben kein Geld und keine Mühe aus, um das zu archivieren. So ist es meistens. Natürlich gibt es Ausnahmen. Natürlich gibt es einzelne Leute, die das anders handeln. Aber ich spreche hier vom Schnitt der Bevölkerung. Wobei es ja inzwischen die Möglichkeit mit den Fotobüchern gibt. Und das, was dann als Fotobuch gedruckt wird, das ist dann wieder was Dauerhaftes. Genau. Haptisch, das hat man in der Hand. Und so bleiben dann wieder mindestens so viele Fotos wie vor ein paar Jahrzehnten übrig in den Fotobüchern, weil es dann doch einige machen. Du hast recht. Gerade so die Mütter in Familie machen das dann auch für die Kinder. Und da bleibt, glaube ich, da schon viel hängen. Aber diese ganze Masse natürlich nicht mehr. Aber das ist die Frage, ob man die dann auch natürlich braucht, wenn halt jede Rose im Garten fotografiert wird. Genau. Ganz klar. Das ist auch die andere Frage. Ich sage da auch nicht, oh, um Gottes Willen, jedes Bild aufheben. Aber ich möchte es für mein Archiv so handeln auf jeden Fall. Weißt du, wann das erste bekannte Foto aufgenommen wurde? Also es war auf jeden Fall vor 1900. Und ich meine, es wäre ein Blick aus einem Haus gewesen. Sehr gut. Blick aus einem Arbeitszimmer. Und da ist ein Mann zu sehen. Und das ist der erste Mensch, der ist natürlich total verschwommen, aber es ist ein Mensch zufällig auf diesem ersten Bild aufgenommen worden. Glaube ich. Ich habe vor Jahren mal eine Doku gesehen. Ich glaube, das war ein anderes Bild. Ja, echt. Ich glaube, das war ein anderes Bild. Schade, das war nicht das erste. Das, was wir meinen mit dem Blick aus dem Arbeitszimmer, aber das mit dem Mann ist auch ein Blick aus dem Zimmer. Dann habe ich zwei Sachen. Das mit dem Arbeitszimmer ist wirklich nur so schemenhaft. Man sieht nur so ein bisschen Umrisse von Gebäuden. Ja, das war ja auch noch eine ganz andere Technik. Weil es gibt ja noch ein Foto, was das Foto mit einer ersten Person auf dem Bild ist. Und ich glaube, das war ein Junge, der ein Mann die Schuhe geputzt hat. Ja, der hatte seinen Foto. Ich erinnere mich an einen Mann, der sein Bein so hoch hatte. Genau. Genau, da habe ich das verwechselt. Und das erste Blick aus dem Arbeitszimmer ist so ein 1826. Also sehr früh. Sehr früh. What? Und das ist nur so eine Metallscheibe mit diesem, wo man nur den Rahmen der Häuser sozusagen erkennen kann. So schemenhaft. Und das ging durch diverse Sammlungen und so weiter und ist jetzt in einem offiziellen Archiv. Wie geil das ist, wie 1826, ein Typ, der ein erstes Foto, ähnliches Ding. Man kann es doch nicht wirklich so nennen, weil es ja wirklich sehr, wie faszinierend das ist. Und ich denke mir auch, dass es heute so als normal angesehen ist, dass man Bilder macht. Ganz genau. Videos macht. Darauf möchte ich hinaus in dem Video hier. Aber dass wir überhaupt in der Lage sind, Momente wiedererlebbar aufzunehmen und abzuspielen und anzuschauen, das ist eigentlich verrückt. Ja. Und es wird halt so als normal angesehen, aber bei mir nicht. Ich finde es überhaupt nicht normal. Ich finde es einfach unglaublich. Es ist Zauberei. Es ist einfach verdammte Zauberei. Und bis die Fotografie entwickelt war und bis es auch flächendeckend genutzt wurde, hat es dann natürlich gedauert. Also 1826 war dieser erste Blick aus dem Arbeitszimmer. 1850er war es dann so, dass die Leute öfter mal ins Atelier gegangen sind. Am Anfang waren es dann auch die besseren Herrschaften natürlich. Naja, klar. Und die ersten Kriege, wo die Fotografie wichtig war, war der amerikanische Bürgerkrieg. 1860er Jahre und der deutsch-französische Krieg, 1870, 1871. Da ist die Fotografie erstmals auch propagandatechnisch mit eingesetzt worden. Direkt schon für solche Sachen. Ja, da sieht man mal, in welchen Facetten sowas dann auch alles dann mit einfließt. Also jetzt zeige ich mal ein paar Fotos. Die habe ich vorbereitet. Die schauen wir uns hier auf dem Bildschirm an. Weil Fotografien sind ja nicht mein großes Sammelgebiet. Und wenn ich da Interessante habe, verkaufe ich die dann auch oft. Ah, okay. Die hast du dann eingescannt. Die ersten beiden habe ich gefunden und verkauft. Die anderen, die habe ich aus anderen Sammlungen zusammengetragen. Aber ich zeige dir, worum es gleich geht und warum das so ist. Hier, das ist aus Kufstein, Kinder. Ja. Das habe ich auch mal gefunden gehabt. Das habe ich auch weiterverkauft. Das ist, glaube ich, ein Pfarrer oder sowas mit Haushälterin. Oder wenn es evangelisch ist, vielleicht die Frau. Und fällt dir irgendwas auf bei den Fotos? Das ist eine alte Dame. Haben diese Bilder etwas gemeinsam? Wir haben alle etwas gemeinsam. Und darauf will ich am Ende noch rausgehen. Weil das ist ein Trend gewesen, der auch mit der frühen Fotografie zusammenhängt. Eine Mutter mit ihrem Kind. Also ja, irgendeiner hat immer die Augen zu und schläft. Diese Schlafsache ist halt das Ding. Aber was hat die Leute denn daran fasziniert? Sie schlafen nicht. Sie sind tot. Oh, Gottes Willen. Nein. Nein. Es gab den Trend, dass man mit der Leiche in ein Fotostudio gekommen ist. Die Leiche, helfen Sie mir mal. Oh, ist ja schwer. Das gibt es. Das hätte ich ja nie gedacht. Habe ich dir so nie erzählt. Das ist ja auch graus. Die Story erzähle ich ja vielen Leuten. Und eine Lippe zittert. Das ist unfassbar. Das ist ja Wahnsinn. Ich meine, ich stelle mir gerade vor, man hat die Leiche im Koffer. So eine Kinderleiche. Die schleppt man. Und die Leute, dass sie überhaupt einen Kopf haben für sowas. Man hat doch andere Sachen zu tun, wenn das Kind gerade gestorben ist. Ja, aber das war halt einfach. Wir haben ja gerade das Beispiel gebracht, wo die Frau geschrieben hat, sie ist froh, dass die andere Frau, bevor sie gestorben ist, nochmal im Fotostudio war. Und das war halt nicht immer der Fall. Weil irgendwann hat man keine Fotos gehabt, die man jetzt gestorben hat. Da hat man sich gedacht, Mensch, eine Erinnerung wäre noch ganz nett. Vor allem, wenn ein Kind gestorben ist. Man will das ja irgendwie... Ja, das kann man schon so nachvollziehen. Und dann ist der Trend entstanden. Es gibt einerseits diese Sackfotos, die gibt es teilweise bis heute, also in größerem Maße bis in die 50er, 60er Jahre. Die finde ich immer mal wieder in alten Fotonachlässen. Wow. Dass halt vor der Beerdigung nochmal der Leichnam im Sack fotografiert wurde. So wie der Kuchen auf dem Tisch nochmal fotografiert wird und so. Sackflos. Und es gibt in verschiedenen Kulturen diesen Trend heute noch. In Südamerika, das gibt ja, ich glaube Mexiko, wo sie da Picknick auf den Friedhöfen machen, die haben eine ganz andere Totenkultur. Wo manchmal die Leute sogar nochmal ausgegraben werden. Wow. In Südamerika ist es so, dass, ich weiß nicht, welches Land es ist, ich weiß nicht, Venezuela oder sowas, dass halt der, der gestorben ist, wenn der jetzt ein Trucker war, dann zieht man nochmal seine Kluft an, setzt ihn nochmal in seinen Truck rein und macht ein Foto von ihm. Hat ja schon was, das ist ja schon irgendwie schön. Weil ich muss sagen, dieses Jahr war ich auf einer Menge Beerdigungen. Und da hat man sich natürlich auch irgendwie Mühe gegeben, aber irgendwie war es immer unwürdig. Da ist dann das Mikrofon ausgefallen. Es war immer irgendwas, ich dachte mir, oh Gott, das ist ja echt schrecklich irgendwie. Und wenn die Leute dann den Menschen nochmal in den Truck setzen, so bizarr das auch ist, aber es ist irgendwie schöner als diese Beerdigung, die wir so standardmäßig haben. Das ist so, hey Kumpel, jetzt nochmal dein Ding oder so. Ja, das ist geil irgendwie. Das finde ich richtig cool. Irgendwie schon. Wobei es halt auch, da ist die Frage, wo ist die Grenze? Ja, und an der Leiche eben aktiv irgendwas zu machen. Ich nehme dich nochmal mit aufs Konzert, wo wir immer waren oder sowas. Das ist doch schon merkwürdig, oder? Ja, voll. Ja, aber man kann auch die Intention so verstehen. Man kann es verstehen, ja. Und man will dem Menschen dann noch einen letzten schönen Gefallen tun, ungefähr. Eine Sache ist, diese Fotos sind auch ein großes Sammelgebiet und da gibt es halt auch viele Fakes. Oh. Und es war so, dass es bei den Fotografen im 19. Jahrhundert so Gestelle gab. Und teilweise war es scheinbar auch würdig so, dass die Toten dann auch an diese Gestelle festgemacht wurden, als würden die stehen und noch leben. Aber wenn so die Gestelle irgendwo im Hintergrund zu sehen sind, das muss nicht heißen, dass der Tod ist, weil das war auch für Lebende, damit die sich nicht bewegen, weil es eine Ablichtungszeit gab. Natürlich, das war, man musste ewig still sitzen und still bleiben. Und dafür war das eben auch da. Ja. Und da muss man ein bisschen aufpassen, dass man keine Fakes kriegt. Wenn man dann nach Google, bei Google Bildersuche ist ein ganz krasses Foto zu sehen, wo man denkt, die Frau ist schon halb verwest. Und dann hat sich herausgestellt, es war eine Frau mit einer Hautkrankheit, die hat noch gelebt. Da war halt so die Haut ein bisschen abgefault und der Augapfel halb draußen. Und es war halt ein medizinisches Foto, was ein Arzt mal aufgenommen hat und was dann halt veröffentlicht wurde. Und das haben welche als Postmortem-Fotos heißen die, ins Internet gestellt. Aber es ist halt keins, weil die Frau wirklich nur krank war und noch gelebt hat. Und da muss man ein bisschen aufpassen. Und da kann ich jetzt auch nicht überall sagen, aber bei den ersten beiden, die habe ich selbst gefunden. Und da bin ich mir extrem sicher, dass das solche Fotos sind. Vor allem beim allerersten Foto. Ich weiß nicht, ich gehe mal zurück. Ich gehe mal zurück, gerne, gerne, gerne. Ich gehe mal zurück auf Erste. Da sitzt das kleine Kind in der Mitte, so richtig steif zwischen den Geschwistern. Richtig unnatürlich. Und siehst du auch, wie die Füße steif sind? Der Fung, ja, ja, habe ich gerade gesehen. Und der Kopf richtig nach unten hängt. Also da bin ich mir sehr... Hier ist so irgendwas, so ein Gestell... Könnte sein wie so ein Gürtel noch. Das könnte aber auch eine Schleife vom Kleid sein. Ich weiß das jetzt nicht. Aber ich finde das sehr eindeutig. Das hatte ich, wie gesagt, gefunden. Und das Zweite habe ich auch gefunden mit diesem Pfarrer. Das hat immer halt etwas aus dem Horror streichen. Das ist so richtig krass. Und vor allem, weil es auch diese Zeit ist, wie wenn so die Geister aus den Bildern rauskommen und so. Ja. Und das war genau, aus der heutigen Sicht halt doppelt gruselig irgendwie. Voll. Aber die machen halt auch eine gewisse Faszination aus, diese Fotos. Gut, ich kann sie ja nochmal durchklicken. Jetzt weißt du ja, um was für Fotos es sich handelt. Also den Zweiten ist wahrscheinlich, wie gesagt, ein Pfarrer oder sowas. Und da sieht man halt auch... Ja, vielleicht schläft er auch, aber... Naja. Ja, warum, genau. Und der sitzt halt auch schon so da, mit den Händen gefaltet, als hätte man ihn so hingesetzt. Und die anderen, wie gesagt, die habe ich auch Sammlungen. Das hier ist da... Was ist das denn für ein stranges Bild hier? Das ist eine alte Dame, die wahrscheinlich auch im Sarg, wahrscheinlich nicht, aber auf dem Stuhl sitzt. Krass, wie das aussieht. Und halt schon so eingefallen im Gesicht, gell? Ja, wie das in echt ausgesehen haben muss. Und bei Kindern ist halt besonders schwer, das Thema natürlich. Ja. Aber da kann man es ja erst recht nachvollziehen, dass man eine Erinnerung haben möchte. Auf jeden Fall. Da ist er auch eindeutig. Ja, wenn ein Mensch in so einem Alter stirbt, das... ist nicht normal und nicht gut. Und da gibt es halt auch diverse Fotos, das ist auch recht hart, wie es im Arm der Mutter liegt. Gibt es auch diverse Fotos, wo halt dann das Sarg vorm Haus so aufrecht angelehnt wurde, mit dem Leichnam drin und drumherum die ganze Gemeinde sozusagen oder die Trauergemeinschaft. Gut, das hat man ja heute auch immer noch, wenn jemand aufgebahrt wird und so. Genau. Das gibt es ja noch. Ja, und wie gesagt, Totenfotos gibt es hierzulande sicher auch immer noch, aber bis in die 60er-Jahre waren die in den Särgen auch immer noch verbreitet. Da haben wir jetzt eine Dame mit Blumenstrauß. Ja, und das ist ja auch eindeutig. Man sieht halt auch an den Wangen schon, wie eingefallen sie dann ist, wie dann die Knochen auch an den Händen so richtig sichtbar werden. Stell dir mal vor, wie Fotografen dafür geworben haben. 1A Leichenfotografie. Bei uns kriegen sie die besten Leichenbilder. Das ist ja schon absurd. Und jetzt habe ich noch was, was ich auch selbst gefunden habe. Ich habe es dann verkauft, weil ich habe da einen Sammler, der da immer sehr hinten dran ist. Da sind nämlich noch Briefe dabei und das ist aus dem Ersten Weltkrieg und da ist ein Soldat gefallen und dann haben die Kameraden oder der Offizier dann ein Foto im Sarg vom Soldaten gemacht, um es an die Eltern zu schicken. Weil diese Briefe kennt man ja im großen Maße, auch im Zweiten Weltkrieg. Diese Briefe, ihr Sohn ist im Heldenkampf gefallen und so. Und das ist das erste Mal, dass ich dann entdeckt habe, dass da auch ein Foto mitgeschickt wurde. Was auch verständlich ist, auch als Beweis in gewisser Weise. Weil viele wussten ja nie, ist er jetzt wirklich tot oder ist er nur in Gefangenschaft? Und das ist dann wirklich für die Eltern was Endgültiges. Ja, können wir abschließen. Ja, eben. Diese Hoffnung, die man hat, die zerstört einen ja auch mit der Zeit. Ja, absolut. Weil die ja nie erfüllt wird und man will ja nicht loslassen. Und ich habe dann nochmal eins, wo man das Bild alleine sieht. Der junge Mann, der dann im Ersten Weltkrieg gefallen ist. Und ein Eindelschicksal, das kann man auf Millionen hochrechnen, was da abging. Ja, faszinierend. Finde ich eine schöne Sache, schöne Geste. Sind das gleich, nee, das ist die Schwester. Nur die eine, glaube ich, die da so sieht. Links ist? Man sieht halt, links ja, die hat ja keine Körperspannung mehr. Ich denke, das ist auch authentisch. Weil, wie gesagt, man weiß es nicht. Es könnte ja sein, dass sie einfach in dem Moment blöd da setzt, aber eigentlich nicht. Dass die Leichen überhaupt so lange bei der Familie geblieben ist. Sie konnten ja nicht sofort dann quasi... Vielleicht haben sie sie nochmal geholt vom, ich weiß nicht. Ja, sowas vielleicht. Das kenne ich jetzt die Hintergründe nicht, aber man sieht ja auch am Blick der Schwester, dass sie sich jetzt auch nicht ganz wohl fühlt, dass das alles ein bisschen merkwürdig ist. Ja. Dann habe ich noch ein Thema. Oder zwei Themen noch. Das erste Paparazzi-Foto aus Deutschland war ein Postmortem-Foto. Ach, hör auf. Aber macht ja Sinn, vielleicht sind Leichen von Prominenten schlechter bewacht, dann liegen die... Es gab ja von Prominenten, gab es ja auch Totenmasken zum Beispiel. Wenn jemand gestorben ist, hat man dann noch, ich weiß nicht mit welchem Lehm oder Gips, hat man dann Totenmasken hergestellt, um dann noch das letzte Gesicht noch vom Sterbebett aufzubewahren. Ja, ja, Totenmasken. Und auch nochmal ein letztes Foto von einer prominenten Person im Totenbett. Und ein Paparazzi-Foto ist 1898 entstanden. Da ist gestorben, eine Idee. 1898. Eine große politische Persönlichkeit aus Deutschland. Wismarck. Den hatten wir schon öfter. Wismarck. Und er ist gestorben und es gab zwei Kerle, Willi, 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 Willi und Max Priester. Die haben den Förster bestochen von dem Gut, wo der Wismarck war, dass er die reinlässt. Und dann sind die in sein Sterbezimmer eingestiegen, haben ein Foto gemacht und das können wir hier jetzt noch sehen als letztes Foto. Ja, die frühe Bild-Zeitung. Ja. Und die haben dieses Foto dann für 30.000 Mark und 20% Gewinnbeteiligung vertickt. Das war ja damals nicht ganz. Und das sind heute 210.000 Euro. Wow. Und Bismarck war ja die politische Persönlichkeit damals. Und ja, da sieht man dieses Bild. Wie viel haben die dem Förster gegeben? Das weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie viel. Die haben dann halt bestochen, vielleicht kam das auch nicht raus. Boah, ja, ja, ja. Aber das Interessante ist, das Bild wurde dann für die Zeitung retuschiert. Da wurde, was der in Hand hat, dieses Rotztuch rausretuschiert. Und ich glaube, nebendran dieses Tischchen mit der Kanne. Ach komm. Wahrscheinlich, ich weiß nicht. Das ist ja unglaublich. Das sind ja Handlungsweisen, die man auch von heute kennt. Das war 1898 in der Medienbranche. Nicht zu fassen. Ein ganz enger Freund von mir, Markus Nass, ist Fotograf, hat lange in Köln gewohnt, wohnt jetzt in Berlin. Nassfoto.de ist sein Adresse. Und ja, der ist ein ganz toller Mensch, super, super Typ. Und der ist ja auch ganz integer und der hat sowas, solche Anfragen schon oft gehabt und sollte sich dann für die Bild-Zeitung, er sollte da irgendwie einmal eine Hochzeit von irgendwem fotografieren. Und da haben sie ihm gesagt, ja, da musst du da irgendwie über die Mauer klettern. Und da bist du dann gerne ausgelagert wahrscheinlich, damit man selbst nicht die Drecksarbeit macht. Und da hat er gesagt, Leute, habt ihr das eigentlich nur alle. Also der ist ganz integer und da kann er auch Storys erzählen. Der kriegt oft solche Anfragen von wirklich Leuten, die kein Gewissen haben. Es ist so, diese Boulevard-Zeitungsszene, die ist ganz schlimm und menschenverachtend und einfach ekelhaft. Abschließend noch ein Erinnerungsbüchlein, ach, das tun wir mal weg, was ich gefunden habe, das ist noch in meinem Besitz. Und da ist der Vater gestorben und da hat dann die Familie für den Vater noch ein Erinnerungsbuch gemacht, wo man selbst dann drin blättern kann, sozusagen. Und da haben sie dann, also es ist schön hochwertig alles, und da haben sie dann hier den Vater noch, ein normales Foto. Sylt 1926. Patriotisch alles mit den Landesfarben. Heimat uns irgendwie, ja. Hat natürlich dann immer aus der Zeit so einen Anstrich, ne, dieses... Worte des Lebens und des Todes. Und da haben sie dann Zitate, glaube ich, von ihm reingeschrieben. Ich bekomme doch allmählich den Eindruck, als ob sich alles um mich dreht. Als ob ich ein Weltensystem für sich bin. Ich bleibe mal ein bisschen durch, ein paar kürzerer vielleicht noch. Die Entscheidung liegt in der Mitte. Da liegt der furchtbare Kampf. Ich habe das Gefühl, dass es nicht so herumkommt, sondern andersherum. Ja, das sind Weisheiten des Lebens. Und das sind scheinbar alles Zitate vom Vater. Mein Hermann, wie schön, wie schön. Okay. An H-Punkt gerichtet, also an Hermann gerichtet. Und da haben wir dann... Ein Totenbild. Totenbild im Totenbett am Ende. Ja. Und ich glaube noch mehr sogar. Grab. Aber irgendwie eine tolle Erinnerung. Ja. Und hier haben wir hier nochmal Totenbett. Aber wenn da ein Artikel ist, Trauerfeier in Ulsdorf, dann war das vielleicht sogar eine Persönlichkeit. Eine regionale Persönlichkeit, glaube ich. Praktischer Arzt und Korpsarzt. Der Hamburger Feuerwehr. Ach. Interessant. Hier noch mehr Leichenbilder. Und eben auch vom Sarg. Und die Grenze wie heute. Ja, und so Grenzen sind halt vielen dann auch wichtig. Also, wie ist es schön hergerichtet gewesen und so. Na. Genau. Und mal gucken, was wir noch alles drin finden. Da können wir sicher noch schöne Videos ausmachen. Tolles Video. Ganz, ganz toll. Herzlichen Dank für deine Mühe, Planen und überhaupt dir das Ausdenken. Also, klasse. Ganz, ganz toll. Sehr gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.